Karl Renner war ein österreichischer sozialdemokratischer Politiker und Jurist. Nach dem Ersten Weltkrieg war er von 1918 bis 1920 als Staatskanzler maßgeblich am Entstehen der Ersten Republik Österreich beteiligt und leitete. Auch die österreichische Delegation bei den Verhandlungen in Saint-Germain. Von 1920 bis 1934 war Renner Abgeordneter zum Nationalrat und von 1931 bis 1933 Präsident des Nationalrates. Sein Rücktritt führte zur angeblichen Selbstausschaltung des Parlaments. 1938 war er aktiver Befürworter des von ihm 1918-19. erfolglos betriebenen Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich. Als Österreich als unabhängiger Staat nach dem Zweiten Weltkrieg wieder errichtet wurde, war er als Chef der provisorischen Regierung neuerlich einer der Hauptakteure. Von Dezember 1945 bis zu seinem Tod 1950 amtierte er als erster Bundespräsident der Zweiten Republik. Er fand in der Präsidentengroft des Wiener Zentralfriedhofs seine letzte Ruhestätte. Renner war Anhänger der parlamentarischen Demokratie im Sinne Lassalles und zählte als solcher in seiner Partei zum rechten Flügel. Dabei hat Renner immer darauf beharrt als Marxist zu gelten, wenn auch als ein Marxist eigener Observanz. Renner gilt als fruchtbarer Publizist, dessen Spezialgebiet die Rechtssoziologie war. Seine Pseudonyme als Schriftsteller waren Synoptekus und Rudolf Springer 1891 bis 1920 die frühen Jahre. Kindheit und Studium Karl Renner wuchs in ärmlichen Verhältnissen in dem fast ausschließlich von Deutschen besiedelten Dorf unter Tennowitz in Südmeeren auf. Mit seinem Zwillingsbruder Anton war er das 17. oder 18. Kind einer Weinbauernfamilie. Renners Elternhaus wurde als Folge von Kinderreichtum, Agrarkrise und ländlichem Wucherzwangs versteigert. Die Familienangehörigen zerstreuten sich in die Welt, verteilt auf die verschiedensten Berufe und Lebenseinstellungen. Was ein typischer Vorgang für die soziale Umschichtung der Zeit um 1900 war. Während Renners Eltern ins Ammenhaus ziehen mussten, konnte er das Gymnasium besuchen. Er maturierte in Nikolsburg mit Auszeichnung und absolvierte von 1891 bis 1896 Dekasekunden Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Renner war 1895 maßgeblich an der Gründung der Internationalen Naturfreunde Bewegung beteiligt, die heute weltweit über 500.000 Mitglieder zählt. Nach dem Abschluss des Studiums erhielt er eine definitive Beamtenstelle in der Bibliothek des Reichsrates, des Parlaments der österreichischen Reichshälfte, Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Nebenbei engagierte er sich in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. In seiner ersten großen Arbeit widmete er sich der akuten Nationalitätenfrage. Sein Lösungsansatz Die Zugehörigkeit zur Nation soll nicht nach territorialen, sondern nach personellen Gesichtspunkten geregelt werden. Die zu bildenden Verbände auf ethnischer Basis sollten ihre Interessen ihrer Stärke gemäß im gemeinsamen Reichsrat vertreten. Renner war aber nicht nur sozialistischer Theoretiker, sondern auch sozialistischer Funktionär mit hohem Engagement an der Basis. Nach seiner Berufung in den Reichsrat im Jahre 1907 widmete er sich weiterhin dem Genossenschaftswesen, da er dieses als besonders wichtigen Teil der sozialistischen Dreifaltigkeit betrachtete. 1910 schrieb er eine umfangreiche Abhandlung über landwirtschaftliche Genossenschaften und Konsumvereine. 1911 wurde er zum Verbandshauptmann des Zentralverbandes österreichischer Konsumvereine gewählt, um die teilweise finanziell angeschlagenen Genossenschaften von der Abhängigkeit bürgerlicher Großbanken zu befreien. Gründete er im Jahr 1912 den Kreditverband der österreichischen Arbeitervereinigungen, der 1922 in die Arbeiterbank umgewandelt wurde. An der Arbeiterbank AG besaßen die sozialistischen Gewerkschaften und die Großeinkaufsgesellschaft für österreichische Konsumvereine je 40%. Anteile Renners Genossenschaftsarbeit trug messbare Früchte. Sie schuf einen Kreis dankbarer Genossenschafter, auf den er sich immer wieder stützen konnte. Diese grundsätzlich antirevolutionäre Tätigkeit sowie sein Landhaus in Glocknitz machten ihn. Dem tatsächlich jeder Hang zum gewaltsamen Umsturz fremd war, zur Zielscheibe des linken Flügels einer Partei, die zumindest theoretisch auf dem Boden des auf Umsturz ausgerichteten kommunistischen Manifestes stand. So warf ihm Friedrich Adler, der im Jahr 1917 seinen Mordprozess in eine Abrechnung mit der SDRP umfunktionierte, stellvertretend für den rechten Parteiflügel, biedere Verlogenheit, Prinzipienlosigkeit und Gaukelei, vor. Dieser Vorwurf kann nicht achtlos ignoriert werden. Da Renner in einer Parlamentssitzung 1917 vor der Errichtung von Republiken in ganz Europa durch die Franzosen als Untergang der Zivilisation, warnte, während er 1919 die Monarchie als Völkerkerker bezeichnete, Politik im Ersten Weltkrieg. Karl Renner war, wie ein großer Teil der deutsch-österreichischen Sozialdemokratie, im Krieg Verfechter der Mitteleuropa-Ideen Friedrich Naumanns und wurde von Adler deswegen scharf kritisiert. Renner übersah in seinem Optimismus, dass die Westmächte eine deutsche Hegemonie ablehnten. In einer Sitzung am 13. Juli 1915 sprach sich Renner zwar gegen deutschen Landerwerb im Westen aus, gestand dem Verbündeten aber zu, einem selbstständigen Polen sei Galizien und Preußisch-Polen anzugliedern, was eine Hegemonie der Mittelmächte voraussetzte. Renners Forderung nach einer umfassenden territorialen Neuregelung, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, rief die offene Kritik Adlers hervor. Aber auch Adler war wegen der Polenfrage gehindert, frühzeitig das populäre Schlagwort vom Frieden ohne Annexionen aufzugreifen. Anfang 1916 hatte Renner bei Verhandlungen mit deutschen Sozialdemokraten einen mitteleuropäischen Wirtschaftsbund, der Freihandel zu ließ. Zugestimmt aber eine politische und militärische Union abgelehnt. Mitte Juni 1917 forderte Renner zusammen mit Karl Zeitz im Reichsrat schließlich den Frieden ohne Annexionen und Kontributionen. Staatskanzler, Außenpolitiker und Oppositionsführer Nach dem Zusammenbruch der Monarchie wurde Renner am 30. Oktober 1918 von der provisorischen Nationalversammlung für Deutsch-Österreich zum Staatskanzler gewählt und blieb dies bis 7. Juli 1920. Er hatte wesentlichen Anteil an der formalen Staatswerdung der Republik, am Habsburger Gesetz und am Zustandekommen des Bundesverfassungsgesetzes. Zuletzt Staatssekretär des Äußeren schied er wie die anderen Sozialdemokraten am 22. Oktober 1920 aus der Regierung aus. Renner dichtete den Text zur inoffiziellen Hymne »Deutsch-Österreich, du herrliches Land« selbst. Er leitete die deutsch-österreichische Delegation bei den als Diktat empfundenen Friedensverhandlungen und unterzeichnete am 10. September 1919 den Vertrag von Saint-Germain, der am 21. Oktober von der konstituierenden Nationalversammlung ratifiziert wurde. Der Staat musste nun »Republik Österreich« heißen und hatte unabhängig zu bleiben. Die deutsch besiedelten Gebiete in Südtirol, Böhmen, österreichische Schlesien und Meeren, der Heimat Renners, waren für den Staat definitiv verloren. Deutsch-West-Ungarn war aber für Österreich zu gewinnen, jedoch ohne die dafür vorgesehen gewesene Hauptstadt Hödenburg, siehe Staatsregierung Renner I, Staatsregierung Renner II, Staatsregierung Renner III. Das Land besaß seit Sommer 1920 nur mehr eine geschäftsführende Regierung, die Staatsregierung Meier I, da sich die früheren Koalitionäre nicht mehr auf gemeinsame Regierungspolitik einigen konnten. Allerdings wurde die Arbeit an der Bundesverfassung fertiggestellt und das Bundesverfassungsgesetz am 1. Oktober 1920 beschlossen. An diesem Tag hielt die konstituierende Nationalversammlung ihre letzte Sitzung vor der ersten Nationalratswahl ab. Renner und die Differenzen mit Otto Bauer In den beiden ersten, turbulenten Jahren, während der die SDRP als stimmenstärkste Fraktion die Regierungsverantwortung gemeinsam mit den christlich-sozialen trug, kam es zu keinen wesentlichen Spannungen zwischen ihm und dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Otto Bauer, der als Chefideologe der Partei und Führer des linken Flügels die Partei prägte, während der Parteivorsitzende Sitz sich vorwiegend seiner Aufgabe als Wiener Bürgermeister widmete. Als Bauer gegen den Willen Renners und zahlreicher anderer Funktionäre nach der Wahlniederlage am 17. Oktober 1920 die Partei aber in die Opposition brachte und damit die Verfügung über das Bundesheer abgab, wuchsen die Spannungen. Sie wurden im Rahmen der Parteidisziplin niemals offen ausgetragen, in Publikationen der Kontrahenten klangen sie zwischen den Zeilen an. 1931 hielt Renner in der Annahme, dass die Wahl des Bundespräsidenten zum ersten Mal in Volkswahl vorgenommen werden würde, eine Rede. Zu einer Volkswahl kam es aber nicht, Wilhelm Miklaus wurde vielmehr von der Nationalversammlung am 9. Oktober 1931 zum Bundespräsidenten gewählt. Renner und Bauer Unterschiedliches Demokratieverständnis Unterschiedlich war zunächst die Einstellung zum Staat. Für Marx wie für Otto Bauer galt auch der demokratische Staat lediglich als Repressionsinstrument der herrschenden Klasse. Als solches habe er, so Bauer, zwar auch noch in der Phase der Diktatur des Proletariats eine gewisse Berechtigung, in der zukünftigen sozialistischen Gesellschaft würde diese Krücke aber nicht mehr benötigt. Der Staat würde sich auflösen. Renner wie der Mitgestalter der österreichischen Bundesverfassung, Hans Kelsen, sahen hingegen den Staat als ein zu allen Zeiten und in allen Gesellschaftsformen unverzichtbares Gerüst aus Führungs-, Legislativ-, Exekutiv- und Verwaltungsorganen, das ein Zusammenleben von Menschen in einer größeren Gemeinschaft überhaupt erst möglich mache. Die permanente Adaptierung dieses Gerüstes an die sich wandelnde Gesellschaft sei eine der wichtigsten Aufgaben der Volksvertreter. Verschiedene Ansichten herrschten auch über den Umgang mit dem Begriff Demokratie. Bauer weigerte sich die bürgerliche Demokratie mit ihrem Mehrheitsprinzip in Gegensatz zum Sozialismus und über den Sozialismus zu setzen. Er plädierte für eine sozialistische Demokratie, bei welcher der Wille der Mehrheit nicht grundsätzlich essentiell sei. Der Priorität des Sozialismus setzte Renner, der sich in diesem Punkt neben Hilferding auch auf Kelsen berief. Ein uneingeschränktes Bekenntnis zur Demokratie entgegen, auch in der Einstellung zur Partei gab es gravierende Unterschiede. Während Bauer für unbedingten Parteipatriotismus eintrat, meinte Renner, Renner und Bauer unterschiedliche Zukunftsvisionen. Unterschiedlich war auch die Einstellung zur Zukunft. Während Bauer sich mit den real existierenden objektiven Verhältnissen als Voraussetzung für die unausweichliche Revolution abfand, war Renner. Ebenso wie Viktor Adler überzeugt, dass man nicht in einer politischen Warteschleife oder revolutionären Pause verharren dürfe, sondern mit welchen Partnern auch immer daran arbeiten müsse, die Voraussetzung für das Entziel, die sozialistische Gesellschaft selbst zu schaffen. Renners Kritik am marxistischen Parteiflügel beruhte auch auf der Überzeugung, Dass die Arbeitswelt an der Wende zum 20. Jahrhundert nicht mehr jener Arbeitswelt entsprach, die Marx als Basis für sein Manifest genommen hatte. Er vertrat die Meinung, dass der auf den Industriearbeiter fixierte Proletarierbegriff im Sinne von Lassalles Perzeption von Werktätigkeit nun unbedingt auf andere Arbeitsbereiche, vor allem auf die geistige Arbeit ausgedehnt werden müsse. Dies würde den ökonomischen und gesellschaftlichen Realitäten des modernen Industriestaates mit seiner Verwischung der Klassengrenzen und der sich abzeichnenden eher friedlichen Entwicklung zur klassenlosen Gesellschaft mehr Rechnung tragen. Renner plädierte daher ebenfalls im Sinne Lassalles, Die Gewichte von Revolution in Richtung Evolution und von Konfrontation in Richtung Kooperation zu verschieben und sich auch unter bürgerlichen Mehrheiten konstruktiv ins Politgeschehen einzubringen. Dabei ließ Renner offen, wer dem politischen Quietismus verfallen sei, damit war nach herrschender Ansicht Otto Bauer gemeint. Renner und die parlamentarische Geschäftsordnungskrise 1933 1933 Renner trat in diesen Jahren immer wieder für eine Zusammenarbeit mit der Christlich-Sozialen Partei ein. Lediglich im Jahr 1931 sprach er sich im Parteivorstand gegen die von Bundeskanzler Ignaz Seipel angebotenen Koalition mit den Christlich-Sozialen aus. Im Zusammenhang mit der Geschäftsordnungskrise im März 1933, die von den Christlich-Sozialen unter Dollfuß zu einem Staatstreich genutzt wurde, spielte er als erster Präsident des Nationalrates eine umstrittene Rolle. Er ließ sich von Bauer und Seitz überreden, aus abstimmungstechnischen Gründen sein Amt niederzulegen. Nach dem Rücktritt der beiden anderen Präsidenten führt dies zu einer Situation, für die in der Geschäftsordnung nicht vorgesorgt worden war. Eine Beilegung dieser Geschäftsordnungskrise wurde jedoch am 15. März 1933 von Dollfuß unter Einsatz der Exekutive unterbunden. Die Abgeordneten konnten nicht zusammentreten. Renner blieb nach seinem Rücktritt untätig und nutzte seine Position als ehemaliger erster Nationalratspräsident nicht. Der ehemalige dritte Nationalratspräsident, der Deutsch-Nationale Sepp Strafner, berief am 9. März für den 15. März den Nationalrat ein. Die Bundesregierung unter Dollfuß qualifizierte diese Einberufung als der Verfassung widersprechend und kündigte an, einer drohenden Verfassungsbeugung entgegenzuwirken. 200 Kriminalbeamte, die von der Regierung geschickt wurden, hinderten daraufhin die sozialdemokratischen und großdeutschen Abgeordneten, die sich am 15. März zur Sitzung versammeln wollten, am Betreten des Sitzungssaales Renner und der Anschluss an Deutschland. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am 13. März 1938 gab Renner dem Neuen Wiener Tagblatt ein vom NS-Staat autorisiertes Interview, das am 3. April 1938 erschien. In dem Beitrag mit dem Titel »Ich stimme mit Jahr« distanzierte er sich zwar von den Methoden, mit denen der Anschluss erfolgte, erklärte jedoch. Renners Angebot an die neuen Machthaber war weitergegangen, er hatte eine aktive Jahr-Kampagne angeboten. Das NS-Regime begnügte sich aber mit dem einem Zeitungsbericht. Renners Verhalten wurde später oft auch damit zu erklären versucht. Dass er mit dieser Erklärung den damaligen Zentralsekretär der Sozialdemokratischen Partei, Robert Danneberg, der mit anderen prominenten Österreichern am 1. April 1938 in das KZ Dachau gebracht worden war, schützen wollte. In der englischen World Review begründete er seine Zustimmung, kritisierte aber gleichzeitig Zwänge eines militärischen Staatssozialismus und ein umfassendes Rassenregime. Renners Tochter Leopoldine Deutsch-Renner emigrierte 1938 mit ihrem jüdischen Mann Hans Deutsch-Renner und ihren drei Kindern nach London, kehrte aber schon 1939 zu ihrem Vater nach Glocknitz zurück. 1938-39 verfasste Renner das Manuskript die Gründung der Republik Deutsch-Österreich, der Anschluss und die Sudeten-Deutsche Frage, indem er den Anschluss Österreichs und der Sudeten-Deutschen Gebiete und auch die Handlungsweise Hitlers und seiner Regierung in diesem Zusammenhang sehr ausführlich positiv darstellte. Das Manuskript blieb damals unveröffentlicht, es wurde erst 1990 von Eduard Rabowski ediert und kommentiert. Anton Pelenka merkte dazu 2009 an, dieser zweite Anpassungsschritt Renners sei von der Sozialdemokratie nach 1945 de facto unterschlagen worden. Er sei in keiner der sozialdemokratischen Renner-Hageografien aufgetaucht. 2012 äußerte der Historiker Oliver Rathkolb, Renner hätte 1945 nicht Staatschef werden können, wäre dieser Text damals bekannt gewesen. Zur Erklärung von Renners damaliger Haltung muss berücksichtigt werden, dass seine unmittelbare Heimat, das deutsch besiedelte Südmeeren, 1918-19. gegen den Willen der Bevölkerung nicht zu Deutsch-Österreich gelangen konnte, sondern von tschechischem Militär besetzt und der tschechoslowakischen Republik einverleibt wurde. Renner verbrachte die Zeit der NS-Herrschaft unter Hausarrest in Glocknitz, wo er ein Haus besaß. Dieser Hausarrest war von den Nationalsozialisten sehr großzügig bemessen worden. Auch war ihm das Schreiben weiterhin erlaubt und er verfasste das Weltbild der Moderne, ein umfangreiches Vers-Epos in Anlehnung an Lucrez. Renner und die Gründung der Zweiten Republik Stalin und Renner Die Weigerung der Auslandsvertretung der österreichischen Sozialisten mit anderen österreichischen Exilgruppierungen zusammenzuarbeiten, hatte zur Folge, dass es während des Krieges zu keiner Konstituierung einer österreichischen Auslandsvertretung oder Exilregierung kam und mit Kriegsende ein politischer Freiraum in Österreich existierte. Diesen Freiraum wollte die sowjetische Regierung so bald wie möglich zur Bildung einer ihr genehmen Regierung nutzen. Mit dem Auftrag zur Suche nach Karl Renner unmittelbar nach dem Einmarsch der ersten Rotarmisten in Österreich setzte Stalin erste Schritte in diese Richtung. Den Westalliierten wurden diese Intentionen verschwiegen, da der Sowjetunion bekannt war, dass sie den Österreichern erst nach Kriegsende und auch dann nur in kleinen Schritten politische Verantwortung übertragen wollten. Stalin fasste diesen Entschluss auch gegen den Willen der KPÖ. Diese hatte um Zeit für den Aufbau einer neuen Parteiorganisation vor Ort gebeten, da die alte, von Gestapo-Spitzeln unterwanderte Parteiorganisation während des Krieges so gut wie restlos zerschlagen worden war. Dazu meinte der österreichische Marxist Erwin Scharf. Am 4. April meldete das Kommando der 103-Gardeschützen-Division, dass sich der gesuchte Karl Renner im Raum Glocknitz aus eigenem Antrieb gemeldet und sich bezüglich einer Regierungsbildung zur Verfügung gestellt hatte. Dazu Renner. Renner wurde zum Stab der 9. Gardearmee weitergeleitet. Die sowjetischen Truppen nahmen nach Rücksprache mit Moskau sein Angebot zur Mithilfe an und wiesen ihm als Sitz das Schloss Eichbüchel bei Wiener Neustadt zu, wo er gemäß Gor-Kommissar A.S. Schelto seine Vorschläge bezüglich einer Regierungsbildung zu Papier bringen sollte. Als er wenig später die Aufforderung der Sowjetunion ablehnte, einen Appell an die Rote Armee zu richten, wuchs seine Befürchtung, dass man ihm den Auftrag für die Regierungsbildung entziehen könnte. Er richtete nun einen Brief an Stalin, der zu Missverständnissen geführt hat. Dieser Brief weist zwei peinlich wirkende Schmeicheleien auf. Enthält aber keine von der Sowjetunion erwartete Zusage bezüglich der Bildung einer Volksfront mit der KPÖ. Dieser Brief wurde von sowjetischer Seite zwar mit Skepsis aufgenommen, Stalin nahm ihn aber dennoch zum Anlass, Renner mit einer Regierungsbildung zu beauftragen. Es folgten Verhandlungen mit den Interessenvertretungen bezüglich der Zusammensetzung des provisorischen Gremiums, wobei Renner auf die Akzeptanz im Westen zu achten hatte, Haltung der Westmächte. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien erfuhren vom sowjetischen Projekt provisorische Regierung Österreich. Erst am 26. April 1945 am Rande der Außenministerkonferenz. Dort teilte der stellvertretende sowjetische Außenminister Rychinski seinen britischen und amerikanischen Amtskollegen nur beiläufig mit, dass man am Folgetag in Wien das Kabinett Renner angeloben werde. Es war dies der Zeitpunkt, an dem die deutschen Truppen noch am Stadtrand von Wien im Kampf mit der Roten Armee standen. Die Briten legten unverzüglich Protest ein. Die USA schlossen sich diesem Protest nicht an, verweigerten jedoch Renners Ministerriege ebenso die Anerkennung wie die Briten. Am 27. April wurde Renner und sein Team von Marschall Tolbuchin, dem Oberkommandierenden der in Österreich südlich der Donau operierenden Dritte ukrainischen Front, offiziell empfangen. Mit 29 Mann und einer Frau nahm man unverzüglich die Arbeit im Parlament auf. Als wichtigste Aufgabe hatte die Sowjetunion dem provisorischen Kabinett die Vorbereitung bundesweiter Wahlen anbefohlen. Dieses Vorhaben wurde auch von den Landeshauptleuten der westlichen Bundesländer unterstützt. Dort hatte der provisorische Landeshauptmann von Tirol Karl Gruber eine Initiative für ein ungeteiltes Österreich gestartet und seine Kollegen im Westen Österreichs für eine Zusammenarbeit mit Karl Renner und seiner provisorischen Regierung gewonnen. Nach zehn Verhandlungen erklärten sich am 20. September die Briten bereit, die Blockade der Wahlen aufzugeben und der provisorischen Regierung zumindest bezüglich von Wahlen eine Kompetenz über ganz Österreich zuzubilligen. Sie waren auch mit einer der Wahlvorbereitung dienenden Länderkonferenz einverstanden. Entscheidung der Länderkonferenz Am 26. September 1945 stand auf dieser Länderkonferenz noch einmal alles auf des Messers Schneide. Die kommunistischen Mitglieder der provisorischen Regierung weigerten sich den Vertretern der westlichen Bundesländer Kabinettsposten einzuräumen. Die Konferenz stand knapp vor dem Abbruch. Es war dann der sozialdemokratische Bürgermeister von Linz, Kurev, der jenen Kompromissvorschlag einbrachte, der schließlich auch von der KPÖ angenommen wurde. Der Weg für bundesweite, freie Wahlen war nun geebnet. Sie brachten am 25. November 1945 aber nicht wie von der Sowjetunion erwartet die absolute Mehrheit für SPÖ und KPÖ und die Chancen auf eine österreichweite Volksfront, sondern die absolute Mandatsmehrheit für die ÖVP. Die USA und Großbritannien zeigten sich bezüglich des Wahlergebnisses erfreut und zögerten auch nicht mit der Anerkennung des Konzentrationskabinetts Fiegel. Die enttäuschte Sowjetunion hingegen gab der neuen Bundesregierung erst nach dem Austausch dreier ÖVP-Bundesminister ihren Segen. Auf die Spitzengliederung der KPÖ hatte der Wahlausgang vom 25. November 1945 keinen Einfluss. Die Sowjetunion berücksichtigte, dass Gopenig und Genossen eindringlich genug vor Renner und frühen Wahlen gewarnt hatten. Mit dieser Wahl wurde der Grundstein für den Sonderfall Österreich gelegt, ein Status, der dem Land bereits 1955 die volle Souveränität brachte. Karl Renner wurde am 20. Dezember 1945 durch die Bundesversammlung zum ersten Bundespräsidenten der Zweiten Republik gewählt und blieb dies bis zu seinem Tod am 31. Dezember 1950.